Schuller-Eklar, Familienunternehmen seit 50 Jahren, Premium-Partner von Austria Wien. Im Mai 2020 mitten in der Corona-Pandemie begann die Partnerschaft. Austria war ja schon immer ein führender Verein in Österreich mit vielen internationalen Erfolgen und auch dementsprechend respektiert, wo wir auch den Werbewert für unsere Firma erkennen können. Es ist natürlich auf der einen Seite die hohe Bekanntheit der Wiener Austria, auf der anderen Seite die Firma Schuller, die eine tolle Marke hat, ein tolles Marken-Image hat. Und das war eigentlich eine Synergie, wo man gesagt hat, okay, wenn diese beiden Vereine, nennen wir es so, zusammenfinden, ist das eine tolle Lösung. Auf der einen Seite die Austria hat einen Benefit aus dem Sponsoring und die Firma Schuller profitiert sozusagen von dem Marken-Image, das die Austria transportiert. Wir haben so viele verschiedene Produkte, dass wir uns intern geeinigt haben, die Mitarbeiter und ich, dass wir die Marke Schuller-Eklar mit den signifikanten drei roten Punkten versehen, damit man es erkennen kann, das Produkt ist von der Firma Schuller-Eklar GmbH. In den letzten eineinhalb Jahren, gerade auch durch die Zusammenarbeit mit der Wiener Austria, haben wir einen enormen Markenwert erreicht. Wir sind immer im Austausch, gerade die Wiener Austria ist sehr bemüht, alle drei bis vier Wochen zumindest einmal anzurufen und sagen, hallo, gibt es irgendwelche Wünsche, gibt es irgendwelche Anregungen, was könnten wir für euch tun? Und das ist für uns absolut neu gewesen, dass uns jemand, den wir finanziell unterstützen, fragt, hallo, was können wir für euch tun? Nicht nur, dass wir die Gelder im Sponsoring überweisen, sondern dass der Partner sagt, und wir sind auch da und wir machen etwas für euch. Und bei der Wiener Austria passiert da sehr viel. Das Erfolgsrezept des Familienunternehmens, vergleichbar mit jenem eines Sportlers. Es ist so, dass man Vertrauen haben muss in das, was man tut. Man muss sich fokussieren, den Faden in die Hand nehmen und daran ziehen. So lange, bis der Erfolg sichtbar wird. Es ist bei einem Tennisspieler, wenn er zum Beispiel drei Bälle hat da oben. Ja, nicht ein Ball und was anderes auch noch, sondern nur Tennis. Wir stehen einfach für Handschlagqualität seit fast 50 Jahren und das ist uns auch wichtig. Die Kundenzufriedenheit ist das Wichtigste, wenn Sie mit dem Kunden eine super Beziehung aufbauen. Und das ist uns einfach das Wichtigste. Bei der Firma Schula gehen alle in Pension. Also wir haben ganz, ganz selten Mitarbeiter, die hier freiwillig ausscheiden. Führungspositionen werden zu 90 Prozent bei uns immer aus den eigenen Reihen nachbesetzt. Das Familienunternehmen agiert international, hat Standorte in zehn Ländern, kooperiert mit 23 weiteren. Die Affinität zum Sport, die ist spürbar. Ich komme aus einfachsten Verhältnissen. Es ist mir aus finanziellen Gründen der Zugang zu einer Sportausbildung verwehrt gewesen. Ich habe aber damals einen guten Lehrer an einer normalen Schule gehabt, der einfach gesagt hat, Hallo, die Ausbildung ist nicht alles. Zeig deine Leistungsbereitschaft einfach durch Erfolge. Und egal in welchem Sport, den ich ausgeübt habe, habe ich immer probiert, absolute Spitzenklasse zu sein. Die größten Erlebnisse waren natürlich Vizeweltmeistertitel 2002 im Bodybuilding bei den Männern bis 80 Kilo und die Teilnahme an der Mister Universum 2003. Wenn man diszipliniert an die Sache herangeht, das ist im Sport der Schlüssel zum Erfolg und im Business ist es genau das Gleiche auch. An dem Tag, wo ich sage, ich bin der Beste und lehne mich zurück, kommt einer und sagt, Und ich bin besser, weil ich habe hart im Hintergrund daran gearbeitet. Stillstand ist Rückschritt. Im Sport genauso wie im Business. Ja, die Vision, ja, Wachstum. Es ist wie mit einem Baum, der wächst, solange ein Wasser kriegt. Und solange ich da bin, haben wir uns dem Wachstum verschrieben. Macht ja auch Spaß.